So, da sind wir wieder, im Kart. Habe ich angekündigt. Ich hoffe, alles geht gut. Ich musste gerade kurz die Aufnahme wenden. Ich hoffe, das nimmt jetzt wieder auf. Ich gebe dem Kart noch eine Chance. Ich sehe, alle sind im Kart. Finde ich sehr geil. Ohne Scheiß. Boah, das ist die beste Truppe ever. Ohne Kack. Auch wenn der Team Grand Prix gerade Kacke war. Aber die Gruppe ist echt geil. Danke, Leute. Danke, Leute. Oh, Mann. Ich hoffe, das, was ich genommen habe, ist überhaupt gut. Ich habe gar keine Ahnung von dem Zeug. Aber ich starte sehr langsam, merke ich gerade. Ich glaube, ich muss hiermit den Standrift machen. Und es freut mich einfach, dass hiermit so gut wie keiner fahren kann. Ach, hier kann man ja auch Stunts mitmachen, genau. Ups. Immerhin bin ich gerade fünfte. Das läuft besser als das letzte Mal mit dem Kart. Ein bisschen. Autsch. Hätte mich der Kugel Willi nicht getroffen. Mann, sowas doof ist. Aber das driftet ziemlich weit. Scheiße. Ich glaube, ich habe ein falsches Kart genommen, oder? Ich weiß nicht, welche Karts man nehmen muss, wenn man Mittelgewicht hat. Was so ideal ist. Wie zum Beispiel Mittelgewicht Machbike. Beispiel halt. Oder, äh... Oh, wo fahre ich denn hier lang? Äh, oder Leichtgewicht... Na, okay, da kann man nicht so sagen. Aber Schwergewicht Bowserbike. Oh, das sollte ich hiermit nicht machen. Ui, ui, ui. Okay. Okay, ich sage nichts, dass es besser läuft gerade. Zack. Hüpp, hüpp, hüpp. Aber es... Ja, es geht. Also ich nehme halt das wegen der Erinnerung wegen... Früher N64 habe ich auch oft Yoshi genommen im Kart. Ach, N64, das waren noch Zeiten, ey. Huch. Von wem waren denn die roten Panzer da? Hallo. Voll die Ansammlung, ey. So. Also ich beneide die... Wow. Wow. Was war das für eine Bombe? Was habe ich da gemacht? Äh, ich beneide die, die gut im Kart fahren können. Also ich kann es nicht, wie man sieht. Ich hatte jetzt Glück, dass ich noch einen Goldpilz hatte. Der mir jetzt auch nicht viel gebracht hat. Aber es geht. Also ich bin nicht viel schlechter als mit dem Bike. Und das ist traurig. Nein. Nein. Ach, Leute. 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 Danke. Danke. Der kriegt jetzt gerade ein imaginäres Küsschen von mir. Nein. Nein. Was mache ich denn da? 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 Ah. Schade. Ich hatte die Chance, Erste zu werden. Mit dem Kart. Aber ich bin Zweite geworden. Alter, ich bin besser als mit dem Bike. Das ist schon traurig. Aber das kann halt keiner. Sauber. Gut. Schön. Ja. Ja. Zweite. Hinter Grau. Herr Röchen. Na. Was geht ab? Wir sind auf Luichis Piste. Äh. Ja. Ja. Luichis Piste. Ist okay zum Kart fahren, finde ich. Also da gibt es Schlimmeres, was ich jetzt, was ihr hättet wählen können. Ihr könnt auch mal andere Strecke wählen. Andere Strecke wählen. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber... Ne. Mit einem Pilz komme ich da leider nicht durch. Ich kann ein bisschen abkürzen. Hui. Nicht umfahren, nicht umfahren. Halleluja. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe es geschafft, unbeschadet durch diese ganze Kacke da durchzuh... Oh, das sollte ich nicht machen. Egal. Vielleicht habe ich es so verhindert, dass ich nicht in die Bombe da hinten gefahren bin. Okay. So kann ich... Einfacher Drift geht. Mit Kart. Also so erzwingen. Wisst ihr? Nein. Huch. Wow. Ich glaube, mein Kart ist gut im Offroad. Kann das sein? Das kommt mir so ein bisschen so vor. Ich habe leider keine Ahnung davon. Okay. Tun wir einfach mal so. Ich hätte einen Pilz gekriegt in der Itembox, weil ich keine Itembox gekriegt habe. Nein. Okay. Okay. Drei Pilze. Letzte Runde. Sauber. Windschatten. Da war ein blauer Panzer. Das heißt, der erste ist noch gar nicht so weit weg. Ja. Ich will Willy. Ich will Willy. Scheiße. Siebte. Ich dachte, ich könnte noch ein bisschen mehr rausholen. Ist leider nichts geworden. Schade. Aber 17 Punkte? Wie viel? Vierte. Das ist noch annehmbar. Noch geht's. Endlich meine Strecke. Endlich. Wie lange habe ich diese Strecke gewählt? Keine Ahnung. Aber ich bin froh, dass ich sie jetzt endlich fahren darf. Hätte ich es erst machen sollen in den nächsten beiden Grand Prix's, wenn ich mit Toilette fahre wieder. Ich fahre einmal nochmal mit Toilette. Reggie fährt dann mit Toad. Dann passt das. Ah. So. Gut. Moment. Sieht's annehmbar aus. Fünfte. Leto. Next Marvin. Äh. Die bekannten Gesichter. Ich bin jetzt gerade kacke gefahren. Ich hätte damit super abkürzen können. Aber leider. Driftet das Ding so behindert. Wow. Die Grüne hat mich jetzt echt getroffen. Gut. Kann ich damit durch den Sand fahren? Sterni. Ah. Leto hat er auch einen. Okay. Ja. Der kann mir nichts tun. Da brauche ich keine Angst vor haben. Und Yoshi nochmal weggebämst. Höhöhöh. Höh? Anscheinend nicht. Auf seinem Screen wahrscheinlich nicht. Das passiert ja in Mario Kart leider ziemlich oft. Dass man die Leute trifft. Aber auf ihrem Screen dann nicht. Und dann, ja. Ist das halt ein bisschen doof. Das ärgert mich so ein bisschen an Mario Kart. Ich hoffe auch, dass... Ich werde ja für die Wii U... Äh. Für die Wii U, äh... Also ich werde die Wii U ja kriegen. Ich wünsche mir die extra zu Weihnachten und so. Höhöhöh. Und, äh... Dann werde ich ja auch Mario Kart da drauf spielen. Also, sag ich euch schon mal. Für die, die vielleicht auch haben. Ich werde es wahrscheinlich auch mal spielen, ne? Also, recorden. Wenn es denn geht. Wenn sie kein neues Kabel dafür machen. Bin mal gespannt, wie das so wird. Ich hoffe, dass sie dann an dem, äh... Online-Modus gearbeitet haben. Dass es besser wird, weil... Ähm... Ist halt schon ziemlich schlecht. Und ich hoffe einfach, dass es stabiler wird. Und die Lacks ein bisschen reduzieren. Gut, bis... So viel kann man sie nicht reduzieren. Weil es ja auch immer an der jeweiligen Internetleitung liegt. Da hatte ich jetzt echt Glück, dass ich den roten gezogen hab. Ei, ei, ei. Oh. Boah. Übertreib halt. Ey, komm. Jetzt war ich noch da rein. Guck. Nein, ich bin nur Fünfte, oder? Sorry, dass ich jetzt kurz leise war. Ich war ganz kurz so... Ich dachte, ich könnte es schaffen, Erster zu werden. Die letzten Kurven bin ich echt gut gefahren. Ich glaube, ich gewöhne mich langsam ans Kart. Bin ich Fünfte? Ne, Vierte. Kann nicht mit Leben. Chavi ist echt gut mit Kart. Chavi, ich glaube, du solltest öfter mit dem Kart fahren. Bist besser als mit dem Bike. Tut mir leid. So. Todes Finale. Ah, Todes Finale. Todes Fabrik. Finale. Das wird der Vorfall, letzte Grand Prix, den ich mit euch fahre. Also zwei mache ich danach noch. Und dann ist auch erst mal wieder gut gewesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Okay, ich habe jetzt noch zwei Grand Prix vor mir. Ich sage schon, hoi. Ups. Ups, ups, ups. Da habe ich nicht aufgepasst. Das tut mir leid. Warum entschuldige ich mich? Ihr freut euch doch sicher, wenn ich ein bisschen faile, oder? Was mich mal interessieren würde, was macht euch eigentlich mehr Spaß zuzusehen, wenn einer failt oder wenn jemand schon ein bisschen fahren kann? Also ich bin ja immer so, dass ich gerne so den mittleren Stand zu gucke. So, halt manchmal Erste, aber dann manchmal auch Fünfte oder so. Dann gibt es Fails, aber auch Skill. Ich biete halt im Moment nur Fails, aber wenn ich alleine fahre, dann gibt es auch Skill, wenn ich Glück habe. Aber ihr seid einfach zu gut, Leute. Oh, mit dem Ding kann man gar nicht lenken. Haha, Seela, haha, war meine, haha. Okay, Leito ist auch ziemlich weit hinten, obwohl er sonst eigentlich ziemlich weit vorne ist. Sonst, ja, hier Pilz, zack, zack. Und direkt mal auf den fünften geschossen. Hör mal, ich muss doch meine Würde verteidigen hier. So langsam gewöhne ich mich ans Kart, wenn man das merkt, vom Fahren her auch. Muss ich echt sagen, also so langsam ist gut. Was ist los, was ist los? Ah, shit. Okay, war klar, dass ich dann, ich will nicht, ja, ich musste in die Grüne fahren. Das ging nicht anders. Und da habe ich jetzt kurz gelaggt, das habe ich selber gesehen. Mir wurde das ja schon oft gesagt. Sayu, du lagst! Ja, ich weiß, was soll ich machen? Dann bin ich auch noch Host, obwohl meine Internetverbindung eigentlich gar nicht so schlecht ist. Hm, neunte. Damit kann ich aber nicht leben. Also ich möchte jetzt mindestens noch so in den Top 5 eigentlich kommen. Also, so habe ich mir das jetzt nicht gedacht. Du kriegst meinen Windshot nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht! Das war verdammt knapp. Da habe ich Glück gehabt. Nein! Nein! Chobi! 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 Blue! Chobi! Dup, 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 dup! Oh, driftet das behindert! Das glaubt ihr mir gar nicht! Okay, einen habe ich irgendwie noch überholt, wie auch immer ich das gemacht habe. Hallo! Hallo! Also, das... Hm. Das war schon echt schlecht. Hm, hm. Wie vielte bin ich denn jetzt? Hä? Ich war eben noch vierte, was ist passiert? Schon wieder siebte. Habe ich gesagt, dass meine sieben meine Glückszahl ist? Nehme ich zurück. Ich... 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 Ich...